Der Aufstieg in die AFL hat Diamstetten Sander animiert, in allen Bereichen zuzulegen. Wir wohnten im Energy Fitness Center in Grainsfurt, dem Leiner Training bei, das Alexander Milanovic leitete. Auch zur Freude des Gastgebers. Ich bin sehr begeistert. Du weißt, wie sehr ich Football mag. Und ich trage mich natürlich sehr an die Burschen, die unsere freien Benutzen. Also ich bin sehr glücklich und sehr froh darüber, dass wir die Herren unterstützen, die er vor der Weg. Mit Alexander Milanovic gewann man temporär wahrlich ein Kaliber für das Team, wie man auch an den Bildern von Warm-up und Stretching bereits erkennen kann. Alex, eindrucksvolles Training. Wie war es für dich, die Jungs ein bisschen herzunehmen? Ja, wie immer, es macht mir sehr viel Spaß. Coachen auch nur für sich ist eine Freude. Und wenn man dann eine Gruppe von Jungs hat, eine besondere Gruppe, wie wir sie da haben, und sie dann ans Limit zu bringen, macht immer aufs Neue Spaß. Der Coach packte unglaublich viele Übungen in genau eine Stunde, die fortan von den Spielern auch selbst umgesetzt werden können. Profundes Wissen nimmt er aus den Staaten mit. Ich habe in Amerika fünf Jahre eben studiert und da hat man halt jeden Tag diesen College-Trailer. Und wenn man sich bewusst eine Entscheidung macht, ich möchte College-Football spielen, da muss man aber darauf auch eingehen, dass man die nächsten fünf Jahre einmal die Woche frei hat. Und dann hat man wirklich sechsmal die Woche diesen US-Drill. Teilweise auch viele ehemalige Trainer vom Militär und die übernehmen das sofort. Also der Drill ist konstant da. Dass er selbst in glänzender Form ist, stellt er auch unter Beweis. Und die Sander und wir wünschen ihm alles Gute für die nächste Saison, die für ihn in Finnland stattfinden wird. Uns interessierte auch noch, wie sein Weg zu den Sander zustande kam. Würde man ihn ja eher bei den Vienna Vikings, wo er zuletzt auch spielte, vermuten. Ich war auf europlayers.com. Das ist eine Seite, wo Spieler und Coaches eben Profile erstellen und sich umsehen. Und ich habe eben letztes Jahr mich entschieden, für diese Saison nicht bei den Vikings in Wien zu sein. Und möchte mir eben in Europa noch ein bisschen was anschauen und spiele auswärts für die Helsinki Roosters in Finnland. Und ganz zufällig hat Sascha, unser Offense-Koordinator, mich angeschrieben, ob ich nicht einen Gast-Coaching-Auftritt bei einem Trainingslager von ihm über das Wochenende machen würde. Und nach den zwei Tagen habe ich mich sehr verliebt in die Arbeit. Und die Gruppe hier hat mir auch gefallen. Also man steht noch viel Fleisch, was gut ist. Und dementsprechend wurde dann aus einem kurzen Auftritt über das Wochenende ein einmonatiger Gastauftritt. Also ich habe dann einfach gesagt, ich übernehme das. Also den Monat, den ich da bin, bevor ich in Wien meine Zeit verschwende, dann gebe ich lieber was zurück. Und das ist auch das Wichtige bei mir beim Coachen. Ich will einfach zurückgeben. Und dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, hier in Amstetten meine schmutzige Art als O-Liner weiterzuführen und Leuten beizubringen, es geht stets um Dominanz, egal auf welcher Position. Und der O-Line am Besondersten, meiner Meinung nach. Schmerz verzerrt, aber happy, wie man sieht, zur Freude der Amstettener.